Das Spiel erinnert mich an, wie heißt denn das? Hab ich nie gespielt. Magical. Diablo. Ja, Diablo, glaub ich. Oh, was war das denn? Alter, wie geil ist das denn? Was hab ich denn jetzt? Links ist einfach so ein Schuss. Oh, da kann man seine Multi aufladen. Und das wär dann diese hier. Ja, genau. Also, ich zeig dir mal, was ich bis jetzt herausgefunden habe. Ich kann schiessen. Und ich kann so irgendwas werfen. Und wenn ich... Okay, das und dann... Wie wähle ich denn die... Ah, mit Leertaste. Okay, und das ist dann... Wie geil ist das denn? Okay. Komisch find ich... ja dann lass mal knacken die auf geiles dafür teleportieren und das kann ich wohl nicht das kann schon gefrier angriff okay okay das hier ist was genau da vorne hat es die ersten das ist ja gar kein stress okay du haben erstmal vor der könne durch alles klar natürlich ja okay drauf stehen die die schießen aber auf mich entschuldige ja ich bei mir schön geflitzt maxi alle okay hat es irgendwas jetzt kannst du rübergehen du hast mich tatsächlich noch gerettet danke das war natürlich geplant so so da hinten kommen auch okay ich bin nicht was mache ich denn was mache ich denn da oder komme ich nicht durch das ja da hinten hat es keinen boden und schon wieder gar nicht wahnsinn ja falscher zeitpunkt kann ich das auch abbrechen schade wunderschön so ich bin darin auf jeden fall nicht so gut wie die alte gamerin das ist schon das stimmt ja das ist schon mal klar wieso müssen wir eigentlich immer alles zerstören aber leider ist das spiel in dem fall nicht so belohnen aber vielleicht ist ja dahinter ein weg oder so man weiß ja nie das stimmt ich kaufe spielsachen jetzt nur noch mit dem hintergelenken dass sie eines tages ja 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 so wie bei ein die von toy story oder musst du dich durchteleportieren oben ist du kannst rüber flitzen glaube ich schön dass wir auch beide die eigenen türen auch mal nicht schnell was ist das für ach so ich habe irgendwie wieder ich dachte es wäre ein rätsel ich habe irgendwie wieder geistes abwesend meine ulti benutzen daumen hoch passend jem 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 immortal beast das ist ja 0 wie bei dem käfer der muss wohl immer hier hin ok dann überlasse ich dir das mal ja perfekt er kommt wunderbar und rein mit ihr widerlich der kleine auch die hände clever gemacht clever gemacht wir müssen es glaube ich beide ich habe das mit den händen nicht gecheckt zum glück hast du aufgepasst die europäische es ist meine testen die jüngste die bilder die kassel so gut never use it anymore das ist noch toll das war ich glaube aber nicht dass wir schachspiel müssen ich denke sie auch nicht kaputt machen ich gebe mal unterstützung von da gibt es noch ein paar bauern okay die bauern explodieren also sie explodieren in der entsprechenden richtung das ist cool wo pferde oben ist das wird ja okay pferde können aber okay ja ich bin weg überleben eigentlich heißt doch im schach musst du die königin töten dann erledigt sich der könig von selbst ja also es macht schon viel aus wenn die weg ist ja schon was habe ich denn jetzt gemacht wird er gesetzt gewinnt dem spiel das wir nicht spielen in dem spiel ist ja gar nicht viel in dem spiel in dem spiel ist ja gar nicht viel in dem spiel ist es fehlt noch strategie aber es war geil Also ob. Und wir sind wieder normal, ja, das habe ich fast vermutet. Ja, das war ein cooler Abschnitt, ja, das war ein sehr cooler Abschnitt. Ja, das war ein cooler Abschnitt, ja, das war ein cooler Abschnitt, ja, das war ein cooler Abschnitt. Nein, nein, nichts ist falsch. Es ist großartig, alles ist super großartig. Na, ich kann sehen, dass du nicht glücklich bist, aber du brauchst einen Hügg. Ja, ich glaube. Cutie, was hast du gemacht? Wir töten sie. Oh, töten sie? Warum willst du töten sie? Oh, nein, 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 wir wollen nicht töten sie. Wir müssen nur ein bisschen töten. Oh, aber ich bin Cutie, die Lieferin. Ich liebe Rose, und Rose liebe mich. Ich will nicht sterben. Ich weiß, aber wir haben keine Wahl. Ich bin sorry. Nein! 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 Das wird gut sein. Nein! Oh Gott! Okay. Oh Gott, was das wösen ... die Aufährt, das ist feiner. Der ist eine Kette davon. Oh oh. Oh oh. Also, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht unserem Plan folge, Mr. Umarme, unser Opfer. Ja, man kann mir aber auch nicht vorwerfen, dass ich zumindest ein bisschen Gefühle habe im Leben. Mrs. Tötet alles Niedliche. Ich hasse sie so sehr. Das ist ja Wahnsinn. Wie süß ist der Elefant? Oh mein Gott. Ich denke, wir machen hier nochmal kurz einen Cut, oder? Es macht auf jeden Fall Sinn. Und in der nächsten Folge killen wir diesen widerlichen Elefanten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.